Insider-Redaktion und unsere Experten gehen heute ins Bullenrennen. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und ich sag's heute mal so, wir haben keine Gnade, wir sind Leipzig. Wir haben keine Gnade, wir sind Leipzig. Ich bin, 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 bin im Stadion, das ist meine Crew. Wurf die Hände in die Luft für das Beste aus der Bundesliga. Ihr Lieben, im Intro, das ist nicht einfach nur dahergesagt, wir sitzen hier wirklich mit der Redaktion immer den ganzen Tag, beraten uns. Wir haben unsere Experten und Insider, haben wir natürlich zugeschaltet und nutzen da immer jede Quelle und jede Info. Deswegen, wir packen hier echt Herzblut rein. Lasst mal ein bisschen Liebe da, Abo, Like und dann würde ich sagen, gehen wir rein. RB Leipzig. Einfach so weitermachen, schrieb mir Svenno und das ist auch unsere Überschrift heute für RB Leipzig. Vorneweg, sie hatten hier einen Inselausflug und zwar richtig krasse Abgänge. Soboschlei, Nkunku und Guardiol, alle gingen vor der Saison nach England und das hatte man aber super aufgefangen. Und das spiegelt sich einmal tabellarisch wieder mit Platz 4, aber auch statistisch. Und die schauen wir uns mal an. Wir haben nämlich hier die Schnittstellenpässe anzubringen. Da war man Vizemeister mit 86. Enorme Beweglichkeit trifft hier auf hohen Fußball-IQ in der Offensive. Das war ein sehr, sehr starker Wert. Was ging in der Defensive? Hausaufgaben wurden gemacht in der RB-Schule. Das ist natürlich das Pressing. Das funktioniert hier wunderbar. Auch hier ist man in allen Werten Top 5. Ich habe einen Wert mal ausgekramt. 51% gegen Pressing. Nach Ballverlust innerhalb von 6 Sekunden hatte man dann zu 51% die Kugel wieder am Fuß. Und generell ist man, wie gesagt, in allen Pressing-Werten ist man oben mit dabei. Und Pressing gegen den Ball, Prädikat Bulletproof wollen wir noch verteilen. Denn man hat hier auch einen super starken XG-Against-Wert saisonal abgebildet mit 40 Toren im Schnitt auf die ganze Saison gerechnet. Und ich habe hier Hubi auch im Ohr. Der hat nämlich Glücksbringer Gulaschi angebracht. Der ist nämlich 13 Mal gestartet. 9 Siege, 4 Unentschieden. Also Gulaschi wirklich der Halsbringer. Das sah richtig gut aus. Und auch nur 13 Gegentore sprechen hier auch eine sehr gute Sprache. Aber wir haben eine Sache. Eine Sache haben wir hier anzumerken. Passt mal auf. Konzentrationsschwäche bei den Standards des Gegners. Da sind doch 6 Tore durchgeflutscht. Und da ist man nur auf Rang 12. Also hier ist auf jeden Fall noch mal Bedarf. Hier noch mal ein bisschen die Sinne zu schärfen. Und ja, das ist eventuell auch der Appell. Fehlerfrei, konstant durch die Saison gehen, um dann auch diese 1 bis 2 Prozent noch besser zu werden. Also unterm Strich, RB ist ein richtiges Top-Team. Und wir fragen uns heute, gelingt der große Wurf nach oben? Und wenn ja, mit welchen Spielern in Teil 2? Teil 2 Kaderanalyse Ein Mann, den nehme ich direkt mal vorweg. Und das ist Xavi Simmonds. Der ist nämlich geblieben. Alle Leipziger atmen auf. Und alle Bayern-Fans hätten den, glaube ich, auch gerne in München gesehen. Der Vertrag ist ausgestattet. Ohne Kaufoption ist es noch mal eine Laie. Und Marcel Schäfer war sehr happy. Und Simmonds im Interview beschreibt das perfekte Umfeld. In der Kombination mit der Wertschätzung. Und es gibt einen eindeutigen Plan. Und er ist bereit, Geschichte zu schreiben. Und das wird er tun mit diesen Jungs hier. Ein ganz heißes Eisen. Da habe ich mich schon so ein bisschen verliebt. In Antonio Nusa. Nusa soll der Olmo-Nachfolger sein. Und er ist 19 Jahre. Könnte wirklich hier richtig was anrichten. Kommt vom FC Brügge. Ist offensiv ganz flexibel einzusetzen. Und ihm gehört wohl der Spot auf der rechten Außenbahn. Hier hat man sich mit ihm noch mal verstärkt. Man sollte ihm aber auch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben. Ein bisschen Geduld bedarf es. Dazu auch noch mal nachher mehr in der Top-11. Und ja, kann sein, dass der etwas braucht. Aber er ist ein Riesentalent. Und die Leipziger sind hier happy, dass sie den abgreifen konnten. Und das ist ja auch immer diese Schule. Junges Talent holen, weiterentwickeln. Und dann teuer weiterverkaufen. Vielleicht auch mit ihm. Er ist auf jeden Fall auch da. Martin Van de Fort. 22. Neuer Torhüter. Kommt vom KRC Genk. Und könnte hier Gulaschi angreifen. Falls der irgendwann nicht mehr an seine Leistungsgrenze kommt. Steht auf jeden Fall Van de Fort in den Startlöchern. Ist zum jetzigen Zeitpunkt aber eher unwahrscheinlich, dass der jetzt reinrückt. Wenn hier Gulaschi in Straucheln gerät. Eine Verschnaufspause braucht. Oder wenn man ihn noch mal fragt. In zwei Jahren der Junge ist auch schon 34. Also hier hat man schon mal vorgesorgt für die Zukunft. Und seine Zeit wird auch kommen. Und das ist Asan Uedraogo. 18-jähriges Top-Talent. Kommt aus der Schalker Schmiede. Schalke 04. Hat da die komplette Jugend durchlaufen. Und an dem waren auch einige Top-Klubs dran. Unter anderem auch schon wieder der FC Bayern. Aber er ist dann doch zu RB Leipzig gewechselt. Gilt als absolutes Juwel. Ist ganz, ganz stark im Dribbling in der gefährlichen Zone. Aber auch generell bei der Ballführung. Und veredelt das auch noch mit einem Klasse-XG-Wert. Also an dem können wir richtig Spaß haben. Hatten die Leipziger auch schon während der Vorbereitung. Hat dann richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Und hat sich dann im dritten Test gegen die Wolverhampton Wanderers leider verletzt. Eine Knieverletzung. Hoffentlich kommt er schnell zurück. Robin hat auch schon den Artikel geschrieben. Ganz frisch erwarten wir ihn zurück. Im September ist er wieder eine Option. Auf der Abgangsseite müssen wir ihn natürlich nennen. Dani Olmo. Ja, der hat das RB-Spiel geprägt wie kein Zweiter. Saß da immer im Vierer-Bob vorne unterwegs mit Xavi Simmonds, Openda und Sesko. Und ja, er ist seit 2020 im Verein. Kam da aus Kroatien. Und hat geholfen, RB einfach zu etablieren in der Bundesliga. Hat da einfach die Jungs stabilisiert. Und er geht zurück zu den Katalanen. Hat bei Barcelona auch schon die Jugend gespielt. 55 Millionen Ablöse. Also hier kriegt man auch eine Stange Geld. Hat man gut einkassiert. Der war auch immer mal verletzt. Und auch das hatte man gut kompensiert bekommen. Und jetzt hat man hier einen Plan B. Der steht schon bereit mit Nusa. Mit Uedra Ogo. Hier hast du schon mal zwei heiße Jungs, die du als Neuzugang verpflichtet hast. Die können in die Fußstapfen treten. Und die haben auch richtig Bock. Bock hat auch Angelinho. Der bleibt in Rom. Der war ja schon dorthin verliehen. Und bleibt da jetzt. 5,2 Millionen nochmal einkassiert hier. Und Jannis Blaswig wechselt zum Partnerklub RB Salzburg. Er macht auch die Biege. Und wir springen mal rein in den Talentschuppen. Hier sind ein paar heiße Jungs auch dabei. Der junge Spieler hier. Der Biciabu El Shaddai. Der hat richtig Potenzial. Den habe ich mir schon angeguckt bei der U21-EM mit Frankreich. War das schon richtig gut. Ist auch ein Riese hochgewachsen. 29 Bundesliga-Minuten hat er bis jetzt gesehen. Der war immer verletzt. In Band anderes im Knie. Und der kommt noch nicht so richtig im Schwung. Ist jetzt aktuell wieder verletzt. Aber dadurch, dass man Lenz als Abgänger verzeichnet. Rechnen wir schon, dass man Biciabu als Backup für David Raum installiert. Und hoffentlich kommt er schnell zurück. Und nimmt dann auch mal ein paar Minuten in Angriff. Kann IV spielen. Kann LV spielen. Genauso wie hier der Nebenmann. Jonathan Norbü ist 17-Jähriger. Norweger. Gleiche Position. Sehr, sehr talentiert. Durfte letzte Saison auch schon mal reinschnuppern. Und ist jetzt fest im Profikader. Hat davor die U19 gezockt bei Leipzig. Und er durchläuft auch schon die norwegischen Nazis. Aktuell da in der U18 hat er debütiert im Juni. Und dann schauen wir uns mal den Trainer an. Marco Rose. Was hast du für uns geplant? Teil 3. Trainer und Vorbereitung. Marco Rose kommt mit seiner Offensivstrategie. Und das ist der Umschalt- und Konterfußball. Mit hohem Tempo geht es dann über seine Offensivspieler. Und ja, da gibt es eine gute Positionierung. Und dann vertikales Umschalten. Und dann geht es rappelt, zappelt nach vorne. Und dann soll auch der Torerfolg klappen. Mittelfeldspieler, die haben hier eine ganz hohe Wichtigkeit. Denn sie spielen den Ball ins letzte Drittel. Und ebenfalls wichtig sind da auch zu nennen die Flügelspieler und die Halbstürmer. Denn sie ziehen auch in die Mitte. Und dadurch haben sie dann den Platz für Außen geschaffen. Wenn dann die Verteidiger in Ballnähe verteidigen. Denn dann kommen da die Außenspieler, die Außenverteidiger. Und das sind David Raum und Benni Hendricks. Die haben dann Platz und können dann für Gefahr sorgen über eine Hereingabe. Und besonders Hendricks haben wir hier im Blick. Gerade auch für flache Flanken. Auch gerne auf den ersten Pfosten. Fernschüsse von Unterschiedsspieler Xavi. Die sind auch im Repertoire. Generell die Flügelangriffe sind einfach super heiß. Und da hat man auch einfach die perfekten Spieler für. Die defensivische Strategie sieht so aus. Wir haben das Pressing als zentraler Bestandteil der Spielphilosophie. So auch genannt im Rückblick. Und hier will man einfach hohe Ballgewinne erzeugen. Und dann blitzschnell umschalten. Ansonsten die Blockverteidigung. Auch die ist richtig stark. Hinten stehen sie ganz kompakt mit den großen Jungs. Da haben wir Orban mit 1,86. Klostermann 1,89. Und auch Simakar verfügt über 1,87. Die Jungs lassen hier wenig zu. Wo haben sie denn noch Probleme? Problemzone haben wir nochmal für euch aufgemalt. Im Ballbesitz. Und gerade wenn sie das erste Pressing überspielen müssen. Da hapert es noch manchmal. Und gegen tiefstehende Gegner. Das haben wir auch gesehen im Spiel gegen Bremen. Im letzten Heimspiel. Die standen da richtig kompakt. So wie so eine Kugel Eis. Und da kommen sie immer mal mit ihren Tempoaktionen. Dann gar nicht so richtig zu Gange. Da hapert es noch. Und da muss man nochmal ein Mittel finden. Gegen den Ball. Ja, da sind sie anfällig. Auf der eigenen linken Seite. Die haben wir mal als Schwachstelle ausgemacht. Gerade David Raum steht dann oft doch zu offensiv. Und da war man teilweise unkonzentriert. Und da gab es auch den einen oder anderen Ballverlust. Wenn er zu weit aufrückt. Zuletzt haben wir aber auch beobachtet, dass man da mit der Konterabsicherung eigentlich immer sehr gut stand. Und die Restverteidigung da echt gut stimmt. Deswegen ist die Rückwärtsbewegung auch da sehr positiv zu nennen. Aber ja, wir haben das mal kleine Problemzone hier angebracht. Und dann haben wir noch den Testspielcheck. Da gehe ich auch nochmal ganz kurz rein. Wir haben hier Klostermann. Der hat sich ganz frisch reingespielt. Der spielt eine richtig gute Vorbereitung. Darf sich auch Hoffnung machen auf die Startelf. Da kommen wir auch gleich zu. Und genau. Er ist da auch RV und IV. Das kann er beides bekleiden. Er ist unser Gewinner Nummer 1. Und wir haben da gestern auch schon eine News gebracht. Schaut auch gerne mal auf unsere Seite, auf Liga-Anzeiger vorbei. Wenn wir die Verletzungssituation aufgreifen, dann müssen wir leider hier Baumgartner nennen. Ja, der hat sich verletzt. Der hat auch noch kein einziges Testspiel absolviert. Und Elmas hätte jetzt vorrücken können. Er hätte auch ein Gewinner sein können. Hat da auch eigentlich fast alles jetzt gespielt. Musste jetzt aber im letzten Test gegen Paris. Musste er schon früher raus. Sonst hätten wir ihn auch als Gewinner bezeichnet. Deswegen, ja, Christoph Baumgartner. Wir hoffen, er kommt schnell zurück. Und wir gehen jetzt mal ganz schnell in die Top 11. Teil 4, Top 11. Okay, let's go. 4, 2, 2, 2 soll es sein. Und so gehen sie auch rein mit Marco Rose. Wir haben Gulaschi im Tor. Der ist gesetzt 100%. Wir haben auf der rechten Seite haben wir Hendricks 80%. Aktuell in der Top 11. Orban haben wir in der Top 11 100%. Lukeba haben wir auch in der Top 11 abgebildet 70%. Und Raum 100%. So unsere Top 11. Linksfuß Lukeba. Der war jetzt bei Olympia und dafür könnte Klostermann gerade zum Start reinrücken. Der tauscht dann die Position hier mit Orban. Geht auf rechts IV. Und Orban ist dann der linke Innenverteidiger. Wir sehen Klostermann hier einen Tick vorne vor Simakon. Und hier könnte Simakon aber auch noch, ja, der könnte sich auf der rechten Verteidigerposition als Backup. Aktuell wiederfinden haben wir nämlich Hendricks 80%. Und da würden wir Simakon 20% quittieren. Ja, der steht gerade ein bisschen hinten an. So ist gerade unsere VA ausgerichtet. Wir haben auf jeden Fall den Vorteil bei Hendricks noch. Der ist nämlich flexibel einsetzbar. Der könnte auch ins rechte Mittelfeld rücken. Deswegen ist das hier auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für ihn. Dann haben wir Nusa, ganz spannend, im Mittelfeld. Den sehen wir auf der rechten Seite. 80% der Top-11 gerade. Haidara 100%, Schlager 100% und Xavi 100%. Für das erste Spiel gegen Bochum zu Hause, da erwarten wir Nikolas Seilwald. Er kommt rein für Xaver. Schlager, der laboriert noch. Der ist zwar schon wieder auf dem Platz, aber der hat ja einen Kreuzbandriss. Und ist auch noch nicht vollständig im Mannschaftsteamtraining integriert. Deswegen, wie hier erwarten wir Nikolas Seilwald. Er dann auf rechts, dann geht Haidara auf links rüber. Exakt. Ansonsten würde Schlager den Linkspart spielen und Haidara dann rechts. Aber genau, für Game 1 ist auf jeden Fall das so. Und wahrscheinlich auch für den Beginn der Saison, bis Schlager vollständig zurück beim Team ist. Elmas haben wir hier noch in der VA für Game 1. Wir haben hier muskuläre Probleme, haben wir gelesen. Deswegen ist das auch noch nicht gesichert, ob er denn reitstattet. Er hat auf jeden Fall schon mal die Trainingswoche zum Start dieser Woche verpasst. Und deswegen sind wir uns da noch nicht sicher. Wir haben ihn aktuell noch in der VA. Hier könnte aber Nussar reinrücken. Nussar ist hier gerade wirklich, ja, der braucht halt Zeit. Der ist jetzt zwei Tage beim Team. Und das ist quasi so, als wenn du auf eine neue Schule wechseln. Dann sollst du nach zwei Tagen die Präsentation vor der ganzen Schule halten. Das geht natürlich noch nicht. Deswegen, der wird hier langsam herangeführt. Der hat aber auch noch eine Woche Zeit, um sich da einzufinden in Leipzig. Und könnte eventuell schon, ja, in die Startelf rücken. Gerade wenn Elmas nicht fit wird, haben wir ihn direkt mal in der VA als Backup drin. Sehen ihn aber langfristig eh gesetzt. Und könnte auch eine brandheiße Aktie werden. Auf dem Managerzettel solltet ihr euch den auf jeden Fall schon mal umkreisen. Und Baumgartner Uedraogo haben wir auch noch. Unter Fernalifen, das sind die nächsten Backups. Die machen dann auch Druck. Die müssen jetzt aber auch erstmal zurückkommen. Denn Uedraogo haben wir auch schon genannt mit Verletzung. Die beiden Chefs haben wir vorne. Openda 100%, Zeschko 100% sehen wir gesetzt. Auch für die ganze Saison. Die sind einfach super. Da machst du nichts. Da holst du dir die ins Team. Und dann sagst du einfach Enjoy. Und Enjoy sage ich auch zu unserem Auftaktprogramm. Aber vor dem Auftaktprogramm bringe ich natürlich noch mal die Standardschützen rein. Da haben wir einmal die Ecke. Die tritt Raum oder Xavi. Dann haben wir die Freistöße. Da haben wir Raum, Xavi und Zeschko und Hendricks. Das haben wir ja auch noch mit Fragezeichen. Aber gehen wir von Raum oder Xavi aus. Und der Elfer, das ist Chefsache. Den nimmt sich Louis Openda. Und jetzt aber das Auftaktprogramm. Teil 5, Auftaktprogramm. Hochum zu Hause, da gibt es eine Watsche, drei Punkte. Dann haben wir Leverkusen. Da gibt es eine knappe Niederlage. Dann haben wir Union. Zu Hause gibt es einen Dreier. In St. Pauli hier auf dem Kiez. Da werden auch drei Punkte rausgekickt. Und dann haben wir Augsburg. Veredeln das mit. Auch drei Punkten. Und dann rechne ich es kurz zusammen. Es sind 13 Punkte. Bist du schon oben mit dabei. Und dann gehen wir mal Fazit, Prognose abchecken. Teil 6, Fazit und Prognose. English is good. Everybody speaks English. Except of the French guys. Habe ich hier David Raum gerade im Video gesehen. Bei RB Leipzig. Checkt auf jeden Fall mal die Ankunft von Nusa ab. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus da. Ja, Team ist weitestgehend zusammengeblieben. Nusa habe ich gerade noch mal erwähnt. Der stößt jetzt zum Team dazu. Dann wird er sich auf jeden Fall auf Englisch unterhalten. Und da dirigiert. Ja, wird ganz spannend zu sehen sein, in welche Rolle er da schlüpft. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Olmo Abgang hast du hier echt super aufgefangen. Auch ein Uedra Ogo, ein Elmas Baumgartner. Da hast du viele Leute. Die können hier richtig Schaden anrichten. Wir haben viele Spieler. Die gehen jetzt in ihr zweites Bundesliga-Jahr. Und da haben wir auch immer noch, da habe ich Sven nur im Ohr, dass er sagt, die fühlen sich dann wohler. Die können sich dann besser entfalten. Die kennen dann die Liga. Und das ist auch richtig cool. Da habe ich direkt mal Xavi, Openda und Sesko im Blick. Das sind natürlich auch die Top-Spieler. Und da können wir richtig viel erwarten. Also da habe ich auch richtig Bock, die zu sehen jetzt. Und dann noch ein Bonus. Die sind auch noch alle jung. Also das ist halt auch mega geil. Du entwickelst hier richtig coole Jungs. Und das ist wie so ein Königreich. Und du hast hier richtig viele junge Könige. Die laufen da rum. Der eine oder andere schwingt mal das Zepter. Oder die lachen sich da ein. Die setzen sich gegenseitig die Krone auf und haben da richtig Spaß. Also da habe ich richtig Bock drauf. Probleme haben wir auch. Wir haben den Olmo-Abgang haben wir benannt. Aber hier wurde ja auch schon vorgesorgt. Also ich denke mal von der Qualität her könnten hier richtig coole Jungs heranwachsen und auch für Gefahr sorgen. Ich finde es richtig. Die haben sie richtig gut gelöst. Die Standard-Gegentore müssen wir anbringen. Ja, das sind die paar Prozent, die du besser werden willst. Und das ist auch mein dritter Punkt. Noch dieses Besserwerden. Du hast deine Schwächen auf jeden Fall im Team. Auch gerade gegen tiefstehende Gegner. Wie willst du da agieren? Und da ist RB jetzt gefragt, dass sie da nochmal diese 2-3 Prozent mehr rauskitzeln, um dann auch ganz oben anzugreifen. Wenn nicht sogar dann auch den Titel. Und damit gehe ich mal rein ins Club-Rating. Und Top-11 sage ich einfach nur Top. Wenn Nusa einschlägt, Halleluja. Fünf Sterne. Marco Rose, der Trainer, ist gelassen. Der ist ganz relaxed auch immer in den Interviews. Der wird viele Gegner wieder outsmarten. Da bin ich sicher. 4,5 Sterne. Kader gebe ich auch 4,5 Sterne. Und Verein gebe ich 4 Sterne. Vereinsführung, Pferden, Clan, Plan. Da bin ich jetzt einfach gespannt, wie das aussieht. Und insgesamt kommen wir hier raus mit 4,5 Stern. Und wir sagen, aus der ganzen Redaktion, habe ich mir nochmal die ganzen Jungs hier zusammen getrommelt, weil ich will wissen, Leute, wo sehen wir denn jetzt Leipzig? Sehen wir die ganz oben? Es kann wirklich richtig spannend werden. Leipzig kann bis zum Ende auch um den Titel mitspielen. Da haben wir uns hier wirklich drauf geeinigt. Und wir sagen aber, dass es am Ende nur für Platz 4 reicht. Make some noise, my game changer. It's Lois. Und das ist Open da. Er nimmt sich die Elfer, hat die 24 Tore schon mal eingeschweißt letzte Saison. Und er hat auch den Blick für den besser postierten Mann. Sieben Assists stehen da auch noch zu Buche. 36er Pace, siebtschnellster Mann der Bundesliga. Auch hier, der wird geblitzt in der 30er-Zone. Und Führungsspieler ist er schon mit 24 Jahren. Unfassbar. Also zudem schauen die Spieler gerne auf. Und der hat auch richtig Spaß. Ich habe da das Torjubel-Telefon mit. Xavi hat er schon wieder angerufen. Und für mich ist er der Mann in Leipzig. Platz 4 für Leipzig, sagen wir. Wo seht ihr die RB-Fahne? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wo ihr sie einrankt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch richtig viel Spaß. Wir hatten gestern die Frankfurter Brodies. Die blende ich euch hier gleich ein. Und Leverkusen, die Meisteranalyse, auch die schicke ich hier nochmal kurz rein. Und dann bin ich morgen bei einem Familienfest. Deswegen kommt von mir morgen kein Video. Ich bin aber nächste Woche wieder am Start mit den letzten drei Teams. Und das sind richtig heiße Teams. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen heiß werden langsam. Denn am Donnerstag kommt auch der Gamechanger-Podcast. Das heißt, wir fangen jetzt ein bisschen an. Langsam kribbelt es hier. Und ich kribbel mich jetzt erstmal hier raus. Und wünsche euch einen schicken Tag. Und schickes Wochenende. Und sagt Tschick!